Scheine für Vereine Das sind mir die liebsten Termine, muss ich ehrlich sagen. Wir blenden den Mann mal aus. Ich bin nämlich heute hier bei der Musikgesellschaft Bellenberg. Diese Dame ist glaube ich noch nicht verheiratet, richtig? Nein. Sie wäre noch zu haben, leider nicht für mich, bin verheiratet. Wie sieht es bei dir aus? Auch nicht mehr zu haben. Auch nicht mehr zu haben. Jetzt können wir den jungen Mann dabei bitten. Wie sieht es beim Vorstand aus? Ich bin nur frei verfügbar. Frei verfügbar. Also, wenn du mal Schwenk machen willst, in voller Tracht heute hier die Musikgesellschaft Bellenberg. So werden wir empfangen bei Scheine für Vereine. Und da macht es richtig Spaß, 500 Euro mitzubringen. Und vielleicht, Frau Seiler, kommen Sie mal aus dem Hintergrund mit zu mir. Denn die Frau Seiler hat nämlich auch das Geld dabei. Frau Seiler von der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen. Wollen wir mal schauen, ob auf dem Scheck auch wirklich 500 Euro draufsteht? Ich glaube schon. Jawohl, haben wir mitgebracht. Herzlichen Glückwunsch nochmal im Namen der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen. Herzlichen Glückwunsch. Wir rollen, wir rollen, wir rollen, wir rollen. Und es sind 500 Euro. Scheine für Vereine. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Ulm. Und der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen. Nur bei Donau 3 FM.